Elias, mein Freund, wo sind wir? Kanonenpflege vom Komet. Sehr gut. Sonderpreis. Ja, reißen wir auf die Hütten. Ja, den Brenner hat er auch. Die Verarbeitung? Naja, die Schäfte ist ruhig. Okay. Ja. Stark. Der drückt, ja. War nicht immer so schnell. Ja, die sind wirklich schnell. Wir fahren da von Veko, Blau, Gelb und Weit. Wir starten mit dem Weißen. Was? Der Blaue. Aber ich fand der Gelb. Ja. 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 So, jetzt Bloody Mary in der Dämmerung. Bloody Mary. Ganz links. Nein, da ist die ziehm schon. sehr sehr geil Schwesterpyro so jetzt gibt es Keep It Real vom 9er, 9,99€ es war ja ein Batteriebeutel mit Mega-Effekten wir starten mit der Stardance und das Stokisch ist Early Panther Panther Ja, ordentlich Stardance Niko Color of Loss Color of Loss Caprice von Nico So jetzt Poison, aktuelle Charge, 16 Schuss, ab geht's Poison So jetzt Poison Ja, für den Preis, was würdest du sagen, Gurschen? Ganz gut Ja, kann man immer noch mitnehmen Magic Form 9 für 2,99 Ja, ganz in Ordnung 2,99 Ja, ganz geil Ghost Rocket fun? Nico Ghost Rockets Ja Oh nein, Cancone Cancone Hartus, die neue Ja Ja, eigentlich sehr, sehr geil Für den Preis Bis zu Poison Ja Discovery Vom Hill Ja, vielen Dank Sjöpfe Ja für 2,49 richtig stark. Ja, extrem. Alter, Fahrrad. Yes. Boah, nicht so schlecht. Alles da ist Vulkan. Danke. sehr sehr Matrix von Lidl Faszination, dieses Gefühl Dieses Hribbeln im Bauch Eis, kalte Luft, Schwarzpulver, Duft, Gänsehaut Silvesterfeeling, legendär Silvesterfeeling, legendär Faszination, dieses Gefühl Dieses Hribbeln im Bauch Eis, kalte Luft, Schwarzpulver, Duft, Gänsehaut Silvesterfeeling, legendär Silvesterfeeling, legendär